Gerne, für euch doch immer. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Okay. Okay, dann so, solange ihr da hinten zu tun habt. Für euch doch immer, aber sicher, natürlich. Aber sicher. Mit Vergnügen, aber sicher. Sofort, für euch doch immer. Bevor wir irgendwas sprengen, müssen wir halt wissen, wo wir was zu welchem Zeitpunkt sprengen dürfen. Ohne direkt zu sterben. Euer Dorf wird angegriffen. Das ist ja immer das größte Mysterium. Mit Vergnügen. Gerne, gerne. Dürften wir sprengen, was auch immer wir wollen, ohne zu sterben. Nein. More Pups. Okay. Wir müssen das da beseitigen. Das Gebäude ist ausgeprägt. Ja. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Rams. Oh. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh nein. Aber sicher. Natürlich. Aber sicher. Natürlich. Gleich kracht. Mit Vergnügen. Gerne. Wir brauchen neue Diebe. Feinde greifen eure Häuser an. Ähm. Wo sind meine Mauern? Und? Der Funnel funktioniert auf jeden Fall gegen die Nahkämpfer. Aber die Fernkämpfer haben echt keinen Chill. Das Gebäude ist ausgebaut. Feinde greifen eure Häuser an. Und ihr da hinten. Ja, mein Herr. Also das Bollweg wird halten. Das bin ich mir voll und ganz bewusst. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Ziele mal auf Dinge setzt, dass die tatsächlich gefährlich von uns sind. Denn das sind echt viele Belagungskanonen. Das sind echt viele Belagungskanonen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ausbau abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Euer Dorf wird angegriffen. In Ordnung. Schicken wir die Schützen da hinten rüber. Ausbau vollbracht. Aber nein. In Ordnung. Schützen bleibt hier. Schicken wir die Kanonen da hinten rüber. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich tue mein Bestes. Wir haben sogar den Pökser hinterher direkt vernichtet. So viel Feuerkraft ist da drin. Das kann ich. Jetzt kommt unser eigenes Design uns leider ent... Und fällt unser eigenes Design uns in den Rücken. Wir passen hier nicht wirklich durch. Wir treffen das Tor. Schützen. Macht einen Ausfall. Kümmert euch darum. Das wird uns durch unsere Verteidungsanlagen durchsenden. Wenn wir es zulassen. Attacke. Ergreift sie. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja. Gerne. Auf in den Kampf. So. Wir werden siegen. Bis in den Tod. Da hat jemand echt nicht an Kanonen gespart. Ich tue mein Bestes. Sie schießt. Nur Mut. Haltet sie aus. Wir werden siegen. Feinde greifen eure Häuser an. Leert sie das Fürchten. Es ist Zahltag. Ergreift sie. Bis in den Tod. Macht sie nieder. Zurück. Wir kommen uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Auf einmal ist es zu nah, um zu bauen. Ich realisiere das. Wann nicht? Lass diese Tor weiter geschlossen. Der Gegner ein bisschen weiter funneln. Wir können die Bauern sowieso nicht weiterbauen. In Ordnung. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie ihr befehlt. Das ist brutal. Ausbau abgeschlossen. Mit Vergnügen. Geht mal alle da rein. Ausbau abgeschlossen. Schaut in die Ferne. Der hat übrigens unseren Künstler schon wieder getötet. Oh. Oh nein. Wirklich? Mein Kumpel sitzt leider im Knast. Wirklich? Der Brauchkopierer. Ja. Okay. Das kann ich. Ja. Wie ihr befehlt. Räumt hier frei. Wir brauchen hier einen Platz für den Schießplatz. Ja. Wir dürfen unsere Nachschubträger nicht zu lang haben. Meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Euer Wunsch ist mir Befehl. Seid unbesorgt. Für euch doch immer. Jawohl. Gerne. Hm. Die feindliche Armee da ist noch nicht komplett aufgerieben. Ich habe also die Leichtdorff und lasse sie sich nicht aufeinander stacken werden. Dann ist es dumm. Die stacken sich generell wahrscheinlich sehr gerne. Ihr werdet angegriffen. Was? Mit Verglühen. Wer ist denn sein Tod drin? Oh nein. Sie kommen. Der Tag der Abrechnung. Sie kommen trotz allem wieder. Aber ich hoffe es ist weniger Kanonen sind jetzt wo wir die Gießerei los geworden sind. Und meine Hoffnung werden wir wahrscheinlich enttäuscht gewesen sein. Ja, ja. Wir bleiben hier. Stopp! So. Okay, eine feindliche Armee will hier gerade durch. Dann würde ich sagen, soll sie für den Moment erstmal durch. Wir haben einen langen Weg zurückzulegen. Quickset. Bevor wir unseren Dieben in den absolut gewissen Tod schicken und dieser Pfad hier dann auch noch kaputt geht. Für euch doch immer. Halt. Ja. Wir haben das gefühlt. Für euch doch immer. Diese Störungen der Macht. Schaut in die Ferne. Was campt ihr da? Bewegt euch. Mit Vergnügen. Feinde greifen eure Häuser an. Sofort. Zahltag. Ja. Wir haben einen hoffenen militärische Einrichtung da oben, der weg muss. Natürlich. Ja. Aber sicher. Mache ich. Reguläre Geschwindigkeit. Wir brauchen die Zeit, um zu intervenieren, wenn das Übliche passiert. Nämlich unsere Diebe Selbstmord begehen auf irgendeine Art und Weise, die sie finden. Perks ausbauen. Nein. Gott. Feuerdorf steht unter Beschuss. Warum? Wo kommt ihr plötzlich her? Gut, ich glaube, Diebe haben sich damit selbst disqualifiziert. Mache ich. Für euch doch immer. Sofort. Mache ich. Mache ich. Er wurde noch nicht einmal entdeckt. Es ist... Nein. Mache ich. Niemals. Mache ich. War zur Hölle. Natürlich. In Ordnung. Hinfort mit den Handschuhen. Feuer. Angriff. Der Feind attackiert eure Siedlung. Auf in den Kampf. Attacke. Ich tue mein Bestes. Angriff. Wir machen einen neuen Country 5. Ger. Macht sie nieder. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja, Herr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir erledigen das. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Wir können auch mal, wenn wir wollen, keinen Spaß verstehen. Wir werden siegen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ger. Jawohl. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Das kann ich. Country 5. Rück nach. Wir brauchen dich ganz dringend da oben. Ja. Bis in den Tod. Für Ruhm und Ehre. Zeitag. Stopp. Auf in den Kampf. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Macht sie nieder. So. Schön auszuschalten. Die ganzen Türme. Halt. Auf in den Kampf. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ähm. Okay. Kommt hier runter, wenn ihr müsst. Liebend gerne. Nämlich liebend gerne an dieses... Nennen wir es ein Geschenk. Wie ihr wünscht. Angriff. Ja. 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 Sieht durch mein Fernglas. Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Nur Mut. Wir werden siegen. Quick Save. Dann ist es also der übliche Vormarsch. Glücklicherweise können wir die ganzen Sachen von hier unten aus beseitigen. Oder die schlimmsten zumindest. Nur Mut. Wir werden siegen. Das kann ich. Wir erledigen das. Diese Armee ist hier grundlegend verwirrt von dem, was wir getan haben. Und deswegen gerade nicht das größte Problem. Was macht ihr da? Ach, natürlich. Ich habe weggeschaut. Ihr müsst sofort wieder Selbstmord begehen. Attacke. Wie ihr befehlt. Attacke. Es ist Zahltag. Für euch doch immer. Sieht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So. Schützen, stopp. Wir bleiben hier. Sieht durch mein Fernglas. Kanonen. Stopp. Nur Mut. Schützen. Ich sage dir stopp. Warum? Was ist an Position halten? So schwer zu begreifen für euch. Und verbindet auch den Selbstmorddrang. Attacke bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Auf in den Kampf. Halt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wo sind die feindlichen Kanonen? Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf. So. Feinde greifen euch an. Wir bleiben hier. Stopp. Sieht aus dem Kanonenturm. Unsere Kanonen halten den Weg hier frei. Warum tut ihr das? Warum seid ihr so, wie ihr seid? Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Du. Lass dich zurückfallen. Steuern und Sollt werden gezahlt. Halt. Ich sagte. Wir kümmern uns darum. Stopp. Bis in den Tod. Es ist unglaublich. Die Kanonen und Toben kosten so viel. Der muss weg. Sofort. Okay, jetzt. Neues Ziel. Darauf. Wir werden siegen. 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 Gießen. Stopp. Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und sie haben angefangen zu... Wer ist sie das fürchten? Bluererror. Ah. Das ist etwas, was ich nicht habe bekommen sehen. Okay. Passiert. Nun gut. Liebe Gemeinde, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn wir dann den Bischof verprügeln gehen. Und Henninger wahrscheinlich auseinanderreißen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Serio. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.